Naja, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Erstmal zum Wald-Tempel. Ich bin gerade wieder ein bisschen planlos, aber naja. Ich rate einfach mal, dass ich zum Wald wieder zurück muss. Und ja. Oh, nicht riechen. Oh, Mann. So, ich muss hier jetzt langsam Stopp machen. Ja, diesmal sag ich wieder. Jetzt sag ich wieder, wann ich schneide und wann nicht. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Okay. Bis dann. Und es geht weiter. Jetzt sind wir auf dem Weg zurück zum Wald. Und, oder nein, ich würde sagen, wir gucken erstmal in der London-Farm vorbei. Dann geht's auf zum Wald. Denn wir müssen ein waldartiges Lied finden, oder kriegen, oder sonst was. Für den Euronen-Chef, sag ich mal. Hey, es ist hey. Was Zalia wohl sagen würde, wenn sie wüsste, dass wir die Ruhl retten? Tja. Tja. Lamsi. Eine Dubine? Na ja. Äh, die London-Farm. Da ist es. Von hier. Lone Lone Farm Was ist der Schaden? So Oha Den kann man Girl Was? Bin ich schon wach? Es scheint so Hey, wenn das nicht der Junge aus den Wäldern ist Vielen Dank nochmal, dass du mich geweckt hast Es hat ganz schön lange gedauert, bis ich Marlon beruhigt hatte Was hast du denn heute so vor? Nichts besonderes? Nun Wie wäre es dann mit einem kleinen Spielchen? Hast du Lust? Die drei Hühner hier sind Superhühner Ich werde sie nun mit anderen herkömmlichen Hühnern vermischen Gelingt es dir, sie innerhalb einer bestimmter Zeit aus allen anderen heraus zu picken Werde ich dich mit etwas nützlichem belohnen Da bin ich ja gespannt Ein Spiel kostet 10 Rubine Machst du mit? Ja, na klar Du hast 30 Sekunden Jetzt geht's los Hier sind die Superhühner Ich finde sie Oha Da Das hab ich gesehen Das ist eins Schnell, 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 schnell Das andere Das andere vielleicht Das hier Das hier Ja Mann, bin ich gut Und jetzt noch eins Das Wow, sofort Ja Wow Wow Unglaublich Du hast ein gutes Gespür Du hast sie tatsächlich alle gefunden Komm her zu mir Oh, Mann Ah Hey, Junge Du hast was Zeug dazu Ein verdammt guter Farmer zu werden Ich würde mich freuen Wenn du Marlon heiraten würdest Na? Na klar Warum nicht? Hahaha War doch nur Spaß Ach, schade Oh, hier Nimm diese Flasche London Milch an dich Sie gibt dir neue Energie Sobald du sie trinkst Äh, ich hoffe Das ist nicht deine Milch Äh, hast du die Flasche geleert Kannst du die, äh, kannst du jederzeit zurückkommen Und sie dir gegen ein geringes Entgelt auffüllen lassen Bang Du hast Milch erhalten Diese Milch ist sehr gesund Benutze sie mit 10, um deine Energie aufzufischen Du hältst 5 Herzen pro Schluck Boah Du kannst 2 mal davon trinken Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf Äh, so und so und so Ja, platzieren mit 10 nimmst du Ein Schluck Ein Schluck Ah, unsere erste Flasche Haha Cool Da hinten ist ein Turm Ich würd sagen wir Gucken da erstmal rein Obwohl Na, was ist zuerst Mit Marlon sprechen oder Erstmal mit Marlon Sie ist wieder am Singen Nein, 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 nicht schlagen Link Nein, ach Ach, genau Ah, der Junge aus dem Wald Ich hörte, du hast meinen Vater gefunden Wie hat dir das Schloss gefallen und die Prinzessin Hast du sie gesehen? Hihihi Haha Daddy hat es ganz schön eilig, nachdem du ihn geweckt hast Oh, ich muss dir jemanden vorstellen für ihn, Junge Das Pferd hier heißt Epona Süß, nicht wahr? Sie macht Musik Wie es scheint Hat Epona Angst vor dir Was ist das denn? Ich bin doch nicht gefährlich Nein, ich doch nicht Nein, 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 nein Reden Dieses Lied hat meine Mutter geschrieben Es ist wunderschön Lass es uns zusammen singen Ich kann nur spielen, ich singe Oh, eine hübsche Ocarina Wirst du das Lied auf der Ocarina spielen? Ich schätze schon Ah, das ist Haha Du hast Eponas Lied erlernt. Cool. Epona mag uns. Oh, die Eule. Naja. Ich muss wohl anfangen, die Eule zu mögen. Ich werde von nun an auch vorlesen, was sie da war. Naja. Keine Ahnung, wo die Eule jetzt ist. Naja, egal. Was ist denn jetzt los? Epona mag uns. Aufsteigen können wir nicht. Glaube ich. Oder? Nein. Falikane gegen das Pferd. Ach, schade. Ein Turm. Sieht jedenfalls so aus. Oh, das ist eine nicht fertig gebaute Mauer. Könnte aus sein. Aber ich glaube eher, dass es ein Turm ist. Soweit ich weiß. Schauen wir mal rein. Ja, ich hatte recht. Gut. Kühe und Kisten. Vielleicht kann ich hier eine Flasche auffüllen oder so. Ach, meine Flasche ist ja voll. Naja. Ähm. Was ist das? Da ist ein Durchgang. Au. Nein, 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 nein. Aber da ist ein Durchgang. 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 Ähm. Ach, Mist. Ähm. Ich würde sagen. Nein, schieben nicht. Drauf springen, Link. Naja. Ich will wissen, was da ist. Nein. Boah, Link. Ah, Link. Aha. Be podcast. Ich will da. Ich will da. Ich will da. Untertitelung des ZDF, 2020